Herzlich willkommen zum Dislike der Woche, in dieser Woche aus Berlin und in dieser Woche zur völlig verfehlten, vergessenen Jugendpolitik der schwarz-gelben Koalition und der Bundesregierung. Heute, morgen früh um zwei Uhr nachts, zu später Stunde, will die Koalition im Bundestag über die Jugendpolitik debattieren. Eine Debatte, die am Ende zu Protokoll gehen wird. Und damit will die Regierung das Thema Jugendpolitik für diese Legislaturperiode beenden. Aus Sicht der Bundesregierung ist dies auch nachvollziehbar. Denn liest man den 14. Kinder- und Jugendbericht, dann steht dort eindeutig geschrieben, und ich zitiere, völlig unstrittig ist, die Jugendlichen sind zu kurz gekommen, ja vergessen worden. Die Belange Jugendlicher wurden nicht thematisiert. Das ist ein katastrophales Zeugnis für diese Bundesregierung. Dem hätten wir eine eigenständige Jugendpolitik entgegengesetzt, die diesen Namen wirklich verdient. Eine Politik, die Jugendliche in den Fokus nimmt, die Jugendliche befähigt, selber zu entscheiden. Mit der Absenkung des Wahlalters, aber auch mit Beteiligung, mit echter Beteiligung, indem wir diese in Gesetzen festschreiben und indem Jugendliche in Planungsverfahren einbezogen werden müssen. Die Bundesregierung hat hier nichts zustande gebracht in vier Jahren. Das werden wir alles ab Herbst, wenn wir Regier nachholen müssen. Und das ist mein Dislike der Woche. Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Bei Facebook, bei YouTube und bei Twitter.